Mit der Funktion Measure können annähernd präzise Messungen im virtuellen Raum erstellt werden. Positioniere den Controller an der Stelle, an der die Messung beginnen soll und drücke einmal den Trigger. Die Entfernung zum Interaktionscontroller wird direkt in Millimeter angezeigt. Nun kannst du einen zweiten Punkt für das Ende der Messung festlegen und bestätigst diesen ebenfalls mit dem Trigger. Jetzt sollte auf der Linie das Maß im Millimeter zu sehen sein. Jede einzelne Messung kann im Nachgang gelöscht werden. Berühre dazu einfach die Messung mit dem Interaktionscontroller und wähle dann das Abfalleimer-Symbol auf dem Touchpad aus. Um alle Messungen in der Szene auf einmal zu löschen, kannst du dies über Reset tätigen.